So, ich würde sagen, wir machen auch das erste Spielchen, würde ich sagen. Der Umhut hinter der Kamera hat wieder ein bisschen was vorbereitet. Ich würde gerne starten mit dem Fan sehr, Bruder. So, Umhut hinter der Cam, was geht ab? Wie geht's dir? Alles gut? Alles gut, Bruder. Erzähl mal, was haben wir heute? Also heute haben wir, wieder einmal wie beim letzten Mal, Rapper an Klamotten erkennt. Wir haben die Gesichter geschwärzt, die Hände geschwärzt, also merkmaltechnisch. Man sieht nur Klamotten. Und ihr habt zehn Sekunden, sobald das Bild aufleuchtet, den Künstler zu erraten. Was ist jetzt, glaube ich, Minuspunkt, ne? Jetzt hast du Minuspunkt. Minus eins, oder was? Jetzt zu null! Haha, scheiße. Okay, weiter. Äh, Mero. Du musst es sagen. Ist falsch? Ist falsch. Das stimmt, das ist ja der Schöneberg-Block da, oder? Äh... Ich dachte, er ist auch... Ich sag nichts. Darf ich raten? Rathen. Auf Scheiße? Ja. Sufjan. Das hat ein Buch dran gegeben. Uuuuuh. Aber war schon gut, Alter. Ah, das... Ah, ich weiß. Hals. Ich weiß. Sula. Das ist auch die selbe Pose. Die machen doch immer diese KML. Shit. Es steht also jetzt minus 2 zu 0. Scheiße. Hätte aber auch AZ sein können, oder? Hätte sein können. Es geht weiter. Boah. Flair. Falsch. Minus 3. Ich weiß es, glaube ich. Willst du raten? Kontrakar. Ach so. Nein. Nein. USA? Keine Ahnung. Wirklich, echt nicht. Was ist ihm? Also echt 0. Wer läuft mit USA? So kann doch massiv sein. Ach shit. Ah, Kapital Bra. Ey, das hab ich nicht gesehen. Ey, das war ein Ding. Ich hab grad nicht gesehen. Ich schwör. Ich hatte keine Ahnung. Ich bin doch eh bei minus 8. Jetzt minus 2, ja? Wann hast du es erkannt? An der Gucci-Camp. Stimmt nicht? Tatsächlich. Tatsächlich. Es kann nicht nur 2 oder 3 Leute sein. Deswegen. Aufholen hat Gott. Jalil. Ja, ne? Richtig. Was bin ich jetzt? Bei minus 1 wenigstens? Minus 1 zu? Zu 1, oder? Ähm, ja. Du blendest eh die Punktestand dann ein, ne? Genau. Und weiter geht's. Ah! Zio. Nein. Echt? Zio? Mh. Mit den Haaren? Das ist ein altes Foto. Ich hätte jetzt Kordo gesagt, Alter. Krass. Das kann auch. Mh. 2 zu minus 1. Casey Rebell. Ey! Geil. Und jetzt, glaube ich, der letzte. Wer? Weißer? Nee. Die Käppi passt nicht. Eins. Ist das zwar falsch? Black vibes of the party. Rätsel? Fünf. 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 Vier. Drei. Zwei. Massiv. Nee, das ist falsch. Bones! Bonesy bones. Crazy. Du hast gewonnen, bro! Der winner! Aber ist nicht so einfach, ne? Nee, nee. Auf jeden Fall nicht. Ich schätze die Karte. Ist ein geiles Spiel. Dass du einen guten Dinger vorbereiten bist. Modell.